Hey Leute und willkommen zurück zu Dragon Ball Legends am Freitag mit einem Update? Bruder muss los, was ist hier falsch gelaufen? Ja, wir haben ein Freitags-Update. Am Mittwoch kam ja gefühlt sehr wenig. Und da habe ich ja schon gesagt, wahrscheinlich arbeiten sie daran, das 5. Jubiläum hoffentlich sehr geil zu machen. Aber nicht nur das anscheinend, sondern sie haben jetzt auch verschiedene Sachen rausgebracht. Dinge für heute, Dinge für Sonntag und Dinge für nächsten Mittwoch. Hä? Das ist ein komplett gemischtes, merkwürdiges Update? Aber ja, okay, okay, okay. Dann gehen wir mal rein. Also Legends Weekend, wie immer angekündigt, ist nichts Neues. Zunehaar Kraft ist neu gestartet am Mittwoch, wissen wir ja schon. Gold Duell übrigens, ne? Gold Duell sollte euch schon einen Tipp geben, was zum Beispiel neu ist. Also das Gold Duell ist gestartet am Mittwoch auch, das läuft ja aktuell. Dann haben wir schon wieder ein Legends Battle Royale angekündigt. Und zwar diesmal mit Episode Margin Buu Saga von 5.5., also nächsten Freitag. Jetzt schon eingekündigt, okay. Nächsten Freitag bis 12.5. geht's wieder rein ins Battle Royale. Für alle, die's interessiert. Wir haben den Pfad der Freundschaft mal wieder. Das auch von 3.5., wie ihr seht. Also frage ich mich auch eine Sache. Gibt es nächsten Mittwoch kein Update? Könnte sein. Ne, lasst mich uns überraschen. Es könnte sein, dass nächste Woche nichts kommt. Also irgendwie ist alles gerade so ein bisschen komisch, als arbeiten sie, wie schon gesagt, an einem 5. Jubiläum im Hintergrund ziemlich hart. Oder sie haben gerade Personalmangel, was weiß ich dann. Auf jeden Fall. Am 3.5. ist es dann leichter, eure Freundschaft mit Charlotte und den anderen zu erhöhen. Warum sollte man die Freundschaft erhöhen von irgendwelchen Kämpfern? Um Charlotte die blaue Fähigkeit beizubringen vom jeweiligen Kämpfer. Ähm, fester Ausrüstungsverstärkung auch schon wieder. Und das zum Beispiel, ihr seht, beginnt am Sonntag. Und geht bis zum Sonntag darauf. Also vom 30.04. bis 7.05. In diesem Zeitraum würde ich euch empfehlen, wenn ihr eure Ausrüstung verstärken wollt, dann dort. Denn da kriegt ihr wieder einen Bonus und ihr erhaltet automatisch eine bessere Ausrüstung, als wenn du sie jetzt machst. Also bitte immer warten auf solche Events, bevor ihr zig Ausrüstungen verstärkt mit Radiergummis, mit Zeitkristallen, wie auch immer. Das lohnt sich erst bei diesen Events, die immer wieder und wieder wieder kommen. Dann haben wir einen Ausrüstungskampf. Ähm, mit Super Saiyajin 3 Son Goku. Sehr geil. Ähm, und auch hier steht, Ähm, an dem ihr Charaktere ab Freundesrang 5, die ihr halt in der Ausrüstung anlehren könnt, teilnehmen könnt. Also ihr müsst Freundesrang 5 mit dem jeweiligen Charakter haben. Okay, krass. Finde ich auch lustig. Erst dann geht's. Aber zum Glück kommt ja das Freundschaftsevent. Äh, das Ausrüstungsevent übrigens beginnt auch heute. Heute Ausrüstungsevent. Also macht das auf jeden Fall mit dem, ähm, Freundschaftsevent dann nächste Woche zusammen. Oder, hey, Moment mal. Das ist ja dumm, oder? Ne, das geht wahrscheinlich länger, ne? Ja, das geht länger. Also ihr müsst das nicht jetzt machen. Dann, genau. Auch sehr, sehr, sehr geil. Nächsten Mittwoch bekommen wir Super Boo Sparking im, ah, Modus. Komplett kostenlos. Das ist eine neue Sparking-Event limitiert, die wir uns alle Free-to-Play farmen können. Wieder ganz easy, einfach das Event spielen. Oder, ihr seht's hier, den Super, den Kampf 1 bis 3, Spezialkampf, Herausforderungskampf. Dann in einem anderen Event wieder Spezialkampf, Missionen erfüllen. Im Teamkampf bekommt man was. Und in kommenden Events, wie ihr seht, gibt's nochmal 3.000. Also, wir können da ordentlich Majin Boo Kraft sammeln, um ihn auf 7 Sterne zu bringen. Oder 14 Sterne, je nachdem, wie schnell und gut ihr seid. Neue Ausrüstung gibt's auch dazu. Also, schon geil. Neuer Boo, der so rumbrüllt. Irgendwie finde ich ihn cool. Ich sag's euch ehrlich, irgendwie finde ich ihn cool. Und er ist ja Free-to-Play. Also, man kann sich ja locker holen. Dann haben wir, was ihr gerade seht, jetzt, wenn ihr ins Spiel reingeht, das Legends Goldener Super-Bonus-Kampf ist da. Während dieses Zeitraums werden täglich die Bonus-Kämpfe aller Farben zu Super-Bonus-Kämpfe. Die Anzahl als Drop-Belohnung erhaltene Seelen wird enorm erhöht. Also, ab heute solltet ihr ordentlich Seelen farmen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Um all, wirklich all eure Charaktere komplett Soul zu boosten. Das bringt immer wieder Zeitkristalle und lohnt sich sehr. Heroes Extremes, alles Soul-Boosten. Und dann, jetzt haben wir's. Jetzt kann man wieder vorspielen. Der goldene Login-Bonus ist da. Also, wenn du jetzt ins Spiel reingehst, siehst du's schon. Du hast einen Bonus. Und insgesamt bekommen wir in diesen 21 Tagen, also drei Wochen, was auch echt gut passt, sehe ich gerade mal. 26. 1. Äh. Wo ist der Mai? 2, 3. Och ja, ja. Das würde gut passen, dass, wenn dieser Login-Bonus endet, wir schon im Login-Bonus für das nächste Event sind. Äh, fürs nächste Jubiläum sind. Für das fünfte Jubiläum. Es könnte gut hinkommen, ja, dass nach diesem Login-Bonus der fünfte Jubiläum-Login-Bonus kommt. Also, schnappt euch easy. Einfach nur täglichs durch einloggen. 700 Zeitkristalle, Leute. Bitte vergesst das nicht. Einfach einmal pro Tag ins Spiel. Ähm, Todeskampf können wir schon. Genau. Limit-Break-Banner ist ab heute wieder da. Sollte man daraus ziehen? Nein. Leute, wir sind so kurz vor dem fünften Jubiläum. Nein, zieht nicht aus dem Limit-Break-Banner. Soviel kann ich dazu sagen. Was jetzt aber sehr gemein ist. Am Sonntag kommt ein neuer Ultra-Banner. Der neue Ultra-Charakter Kid-Boo tritt dem Kampf bei. Ultra-Kid-Boo erscheint mit 2000 Z-Kraft. Ihr kennt die Ultra-Banner. Und ihr wisst auch, wie ultra schwer es ist, daraus einen neuen Kämpfer zu ziehen. Es kostet zwar nur 3000 Zeitkristalle und dann einmal kostenlos, um eben 4 Ziehungen zu machen. Aber die Chance, einen Ultra zu ziehen, ist so klein. Also, ich hab's schon so oft nicht geschafft. Ja, manchmal hatte ich auch Glück. Aber meistens scheiß auch ich da rein und zieh die Charaktere nicht. Ähm, auch wenn ihr beim zweiten Pool die doppelte Drop-Rate habt. Die doppelte Drop-Rate ist trotzdem noch gefühlt nix. Einfach gar nix. Trotzdem, wer daraus ziehen will, ich kann's euch nicht absprechen. Ich kann euch nicht sagen, tut's nicht. Es ist schon cool. Oder schon nice. Vielleicht sagt ihr, oh komm, 3000 Zeitkristalle benutze ich vielleicht. Oder nur 2000 Zeitkristalle, um eben die doppelte Drop-Rate mitzunehmen. Könnte man machen, 2000 Zeitkristalle reinwerfen. Aber mehr, boah, schwer. Ja, ich bin da auch noch hart am überlegen. Denn, wie gesagt, eigentlich sollte man jeden einzelnen Zeitkristall sparen fürs 5. Jubiläum. Also, dort sind die Banner immer besser mit einer höheren Drop-Rate. Also, eine höhere Chance, etwas zu ziehen. Mehr Teile davon rauszubekommen. Es ist nun mal das Jubiläum. Also, bitte Leute, mit Vorsicht den Banner genießen. Auch, wenn sich bestimmt einige drauf freuen. Nein, einige, einige. Genau, und ihr solltet übrigens, wenn ihr mit Twitter verbunden seid, eure Twitter-Verbindung ändern und macht was anderes. Also, nicht Twitter verbinden. Aber ja, overall, wie gesagt, zieht bitte nicht aus dem Banner, der heute kam. Der, hier, Limerick-Banner. Lasst es gut sein. Scheißt auf den Banner. Einfach wegignorieren. Und bei Super-Boo, wie gesagt, ich kann es euch nicht sagen. Dann die ganzen Events, die kommen. Ist schon irgendwie merkwürdig. Schreibt mir in die Kommentare. Denkst du, wir haben jetzt nächsten Mittwoch dann kein Update? Könnte ja sein. Weil wir jetzt, wie gesagt, schon einiges wissen, was nächste Woche kommt. Und wir hatten schon viele Daten runtergeladen. Also, entweder werden wir am Mittwoch nur was runterladen. Aber ich glaube, irgendwie was Neues wird jetzt nicht dazukommen, da wir eben schon den Buh gesehen haben und so weiter und so weiter. Ich finde ihn auch cool mit dem Rumschreien. Finde ich nice. Und ja, also, ja, ich bin positiv überrascht über das Freitags-Update. Will euch, oh Gott, will euch auch gar nicht so lange heute aufhalten mit dem Video. Wünsche euch viel Spaß mit dem Update. Meinungen, wie gesagt, in die Kommentare. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht zu abonnieren, um das fünfte Jubiläum vor allem hier nicht zu verpassen. Vielleicht ziehe ich aus dem Super-Buh-Banner. Ich weiß es noch nicht. Bin aber jetzt gerade eher so, nee, lieber nicht. Aber mal abwarten. Auf jeden Fall, Leute, haut da rein. Schönen Tag noch. Budefaust geht raus. Haut da rein. Und ciao. Budefaust geht raus.